Er will doch nur spielen. Michael Ballack fühlt sich fit. Er kann trainieren. Und er macht dies mit sichtlich viel Freude. Im Europa-League-Spiel von Bayer Leverkusen gegen den FC Villarreal wird der Weltstar aber erneut nicht im Aufgebot stehen. Trainer Jupp Heynckes erklärt wieso. Es gibt so viele Beispiele in der Bundesliga, im internationalen Fußball, wo Spieler lange verletzt waren und die dann auch die gleiche Zeit wieder gebraucht haben, um fit zu werden, um auch wieder in Höchstform zu kommen. Und das wird von denen besonders, vielleicht von dem Umfeld des Spielers und aber auch besonders von den Medien ignoriert. Und ich habe es immer wieder gesagt, man braucht Geduld, er braucht Zeit. Aber es ist einfach schwierig, das vielleicht auch so in den Griff zu kriegen. Dabei sorgt Heynckes vor dem Spiel am Donnerstag unfreiwillig selbst für Unruhe. Die angeblich sichere Vertragsverlängerung ist nämlich noch nicht erfolgt. Und nun fragen sich alle, was läuft denn da mit den Bayern? Die Profis sind verunsichert. Ich denke, für uns Spieler ist es schwer, dazu was zu sagen. Ich denke, wir haben einen super Trainer hier bei Leverkusen. Was da für Spekulationen vor sind wegen Bayern München, ist natürlich schwer für die Spieler, weil wir wissen nicht, was da für ein Draht ist. Leverkusen hat laut Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser auch schon einen Plan B in der Tasche, um für Heynckes Abgang gewappnet zu sein. Aber wann fällt denn nun die Entscheidung? Ja, ich habe vorhin geäußert, dass wir jetzt vier Spiele, oder vier wichtige Spiele haben. Und ja, wir haben es so verständigt, dass wir uns nach Schalke nochmal zusammensetzen und dann um eine Entscheidung ringen und dann auch letztendlich bekannt geben. Nach einer Entscheidung ringen? Das klingt ja nach richtig harten Verhandlungen. Ja, habe ich das gesagt. Ringen wir um eine Entscheidung. Ja? Dann ringen wir. Ah ja, man darf also gespannt sein. Bayern oder Bayer?